BigBlueButton, was sich mit der Version 2.4 verändert hat. Das Layout für eine Webkonferenz kann nun umgestellt werden. Als Layout-Standard haben wir uns für das aus BBB 2.3 gewohnte, benutzerdefinierte Layout entschieden. Die Webcam-Leiste ist entweder oberhalb der Präsentationsfläche oder links davon. Man kann sich individuell die Webcam-Leiste da ablegen, wo man sie haben möchte. Oben, links, unterhalb des Chat-Bereichs, unten oder auch rechts. Auch kann man die Größe der Webcam-Leiste im Verhältnis zur Präsentationsfläche verschieben. BigBlueButton 2.4 erlaubt es nun allen TeilnehmerInnen, jederzeit den Layout-Typ für eine laufende Webkonferenz zu ändern. Eine Änderung des Layouts können alle oben rechts bei den drei vertikalen Punkten für sich selbst vornehmen. Unter Einstellungen öffnen und dann Anwendung. Das automatische Layout ist eine fest fixierte Ansicht, bei der die Webcam-Bilder oberhalb der Präsentationsfläche dargestellt sind. Die Webcam-Leiste lässt sich hier nicht verschieben. Bei Präsentation im Zentrum füllt die Präsentationsfläche den gesamten rechten Bereich aus und die Webcam-Leiste wandert unter den Chat. Bei Video im Zentrum ist es genau andersrum. Die Webcam-Bilder füllen die Fläche und die Präsentation wandert unter den Chat. Als Moderatorin habe ich auch die Möglichkeit, das Layout an alle zu verteilen. Auch hier habe ich nochmal vier Optionen. Ich kann jedes dieser vier Layouts an alle verteilen. Das heißt, die Ansicht der TeilnehmerInnen wird durch die Einstellung erstmal erzwungen. Jede und jeder kann aber individuell das in den eigenen Einstellungen wieder zurückstellen. Möchte man die Präsentationsfläche ausblenden, geht das mit Klick auf das Präsentations-Icon zum Wiedereinblenden einfach erneut klicken. In der TeilnehmerInnenliste ist zu sehen, wer eine aktive Webcam hat. Hierfür ist das Webcam-Icon unter dem Namen notiert. Maximal eine Person in der Rolle Moderator kann außerdem angepinnt werden. Das kann Sinn machen, damit diese Person auch in der mehrseitigen Webcam-Ansicht, wie sie Teilnehmende standardmäßig haben, auf jeder Seite zu sehen ist. Wie auch in BBB 2.3 kann man mehrere Webcams verbinden. Hierfür klickt man auf den kleinen Pfeil unterhalb der Webcam und fügt einfach eine weitere im System vorhandene Kamera hinzu, indem man sie auswählt und Freigabe starten klickt. Jeder einzelne Webcam kann dann entweder einzeln beendet werden oder alle werden auf einmal beendet. Dafür klickt man direkt auf das Kamera-Icon und die Webcam-Freigabe wird sofort beendet. Neu ist, dass man einen Hintergrund auf Verschwommen stellen kann oder einen virtuellen Hintergrund auswählen kann. Hierfür wählt man einfach bei der Freigabe der Kamera den virtuellen Hintergrund aus, wobei es neben dem verschwommenen Hintergrund verschiedene vorgegebene Layouts gibt. Einen eigenen Hintergrund kann man derzeit nicht hochladen. Auch der Menüpunkt Audio beenden, Audiogerät wechseln, hat sich ein wenig von der Optik und der Funktion her verändert. Wie gewohnt kann man immer noch auf den Menüpunkt klicken, um die Audioverbindung zu beenden. Man kann jetzt aber auch zwischen im System vorhandenen Audiogeräten wechseln, wenn man die Audioverbindung verändern möchte. Das gilt sowohl für das Mikrofon als auch für den Lautsprecher. Die Geräte müssen aber vom System erkannt werden, nur dann werden sie auch in BigBlueButton angezeigt. Auch das Bildschirmteilen hat sich leicht verändert. Möchte man in der Rolle Präsentator den eigenen Bildschirm teilen, so geht das nach wie vor über Bildschirm freigeben. Man wählt aus, was geteilt werden soll, zum Beispiel gesamter Bildschirm, und klickt Teilen. Nun sieht man jedoch als Präsentator den geteilten Bildschirm nur in einer Miniaturansicht. Möchte man ihn, wie von vorherigen Versionen gewohnt, auf der vollen Präsentationsfläche sehen, so klickt man auf Bildschirmfreigabe Vorschau vergrößern. Alle anderen Personen sehen aber ohnehin den geteilten Inhalt auf der gesamten Präsentationsfläche. Wie schon in vorherigen Versionen variiert das Auswahlmenü beim Bildschirmteilen von Webbrowser zu Webbrowser. In Firefox beispielsweise kann man aus einem Dropdown-Menü wählen, ob man einzelne Anwendungen oder Fenster oder aber einen ganzen Bildschirm freigeben möchte. Erhält man die Fehlermeldung 1136, so weist das in der Regel darauf hin, dass Firefox die Freigabe eines Fensters oder Bildschirms blockiert hat. Hierfür einfach oben in der Browserzeile die Blockade einmal aufheben. Neuerdings kann man Umfragen anonym durchführen. Hierfür wie gewohnt in der Rolle Präsentator auf das Plus-Icon Aktionen klicken und Umfrage starten auswählen. Man kann jetzt die Umfrage soweit vorbereiten, indem man optional die Frage eintippt. Alternativ kann man sie mündlich übermitteln oder bereits auf der Präsentation vorbereitet haben. Und dann wählt man die Antworttypen aus, zum Beispiel richtig falsch. Jetzt wählt man ganz unten anonym aus. Hierfür wird der Schalter einfach umgelegt und man muss dann nur noch Umfrage starten auswählen. Die TeilnehmerInnen bekommen die Antwortoptionen präsentiert und sehen auch direkt, dass die Umfrage anonym ist. Sie stimmen ab, die Person in der Rolle Präsentator sieht nur, wie viele an der Umfrage mitgemacht haben, aber sieht die Namen nicht. Sie klickt auf Veröffentlichen und die Umfrageergebnisse erscheinen wie gewohnt im unteren Teil der Präsentation. Neu ist jedoch, dass die Umfrageergebnisse zusätzlich im Chat erscheinen. Das hat den Vorteil, dass man auch dann sinnvoll Umfragen durchführen kann, wenn man zum Beispiel ohne Präsentation arbeitet oder den Bildschirm teilt. Auch landen die Umfrageergebnisse dadurch in der Aufzeichnung, falls die Webkonferenz aufgezeichnet wurde. Neu ist auch, dass im Falle von nicht-anonymen Umfragen, also Standardumfragen, die TeilnehmerInnen darüber unterrichtet werden, dass die Umfrage eben nicht anonym ist. In BBB 2.4 kann man Gruppenräume mit eigenen Namen versehen und man kann die Zeit, die für die Gruppenarbeitsphase eingestellt wurde, nachträglich verlängern. Hierfür erstelle ich wie gewohnt meine Gruppenräume über das Zahnrad bei der Teilnehmerliste, klicke dann das Feld mit den Standardnamen an und tippe einen selbstgewählten Namen ein. Alles andere hat sich nicht geändert. Ich verteile meine Teilnehmenden entweder manuell oder über den Button Zufällig anordnen, dann starte ich die Gruppenarbeitsphase, indem ich Erstellen klicke. Zwischenzeitlich betreten die TeilnehmerInnen die erstellten Gruppenräume. Während die Gruppenarbeitsphase läuft, kann ich über den Menüpunkt Gruppenräume wie gewohnt die Räume betreten oder per Audioverbindung Kontakt mit den Gruppen aufnehmen. Neu ist aber, dass ich unten im Menü über Dauer eine zeitliche Verlängerung in Minuten hinzufügen kann. Eine Verkürzung der Gruppenarbeitsphase kann ich über den Menüpunkt Alle Gruppenräume beenden, jederzeit herbeiführen. Mit BPB 2.4 ist ein genaueres Monitoring der eigenen Verbindungsqualitäten möglich. Über das Icon Verbindungsstatus kann man seinen Verbindungsstatus ansehen und sich auch die Netzwerkinformationen rauskopieren und beispielsweise in einem Editor genauer betrachten. Hier sehe ich unter anderem, wie viele Ambitz ich für den Audioausgang und Eingang benötige oder auch für meine Webcam-Verbindung. Als Moderatorin kann ich auch sehen, wenn andere Teilnehmende Probleme haben, diese werden farblich dargestellt, rot markiert etwa einen Verbindungsabbruch, der in diesem Fall um 10.30 Uhr stattgefunden hat. Schließlich ist das Lern-Dashboard die wahrscheinlich größte Neuerung in BPB 2.4. Es ist nur für Personen in der Rolle Moderatorin einsehbar. Mit Klick auf das Zahnrad an der Teilnehmerliste gelangt man ganz unten zum Lern-Dashboard, das sich in einem neuen Fenster öffnet. Das Lern-Dashboard zeigt unter dem Reiter Aktive Teilnehmer zunächst an, wer alles an der Webkonferenz teilgenommen hat, einschließlich des Zeitpunkts, des Betretens der Webkonferenz und der Onlinezeit insgesamt. Die Rede- und Webcam-Zeit wird aufgelistet, sowie die Anzahl der verfassten Chatnachrichten. Unter Emojis werden alle Statusanzeigen aufgezeigt und unter gehobene Hände die Häufigkeit der angezeigten Wortmeldungen. Der Aktivitätswert berechnet sich aus Redezeit, Anzahl der Nachrichten, Anzahl von beantworteten Umfragen, Emojis und Statusanzeigen und Anzahl der Handhebungen. Ein Aktivitätswert wird grundsätzlich nur für Teilnehmende berechnet, die in der laufenden Webkonferenz niemals die Rolle Moderatorin inne hatten. Unter dem Reiter Umfragen werden alle Umfragenergebnisse aufgelistet, anonyme Umfragen werden anonym dargestellt. Unter dem Reiter Handheben wird nochmals aufgezeigt, wer wann welche Statusanzeigen einschließlich Handheben getätigt hat. Unter dem Reiter Aktivitätswert werden die Teilnehmenden in der Reihenfolge ihrer Aktivität aufgelistet, wobei die Anzeige ansonsten mit der Anzeige aktive Teilnehmer identisch ist. Das Fenster mit dem Lernen der Sport kann jederzeit geschlossen werden. Beendet man die Webkonferenz, erscheint unter der Meldung, die Konferenz wurde beendet, noch einmal ein Link, von dem aus man das Lernen der Sport erreichen kann. Der Link ist nur für den Moderator, die Moderatorin, der oder die, die Webkonferenz beendet hat, sichtbar. Das Lernen der Sport ist nach zwei Minuten nicht mehr erreichbar.